Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Road to Commander in Black Ops 3, wer das nicht gesehen hat, kann es gerne nachholen, da waren sogar die ersten zwei Runden relativ akzeptabel, ich hoffe natürlich, das geht so weiter und wir spielen jetzt auf Breach ein Team Deathmatch und ja, dieses Road to Commander steht eigentlich nur noch da, weil, keine Ahnung, es war von Anfang an, sollte es ja ein Road to Commander werden, aber wurde es dann ja nicht und ich lasse es einfach trotzdem so da stehen, weil in dem Sinne, Road to Commander kann alles bedeuten, ich sag einfach, es wird so Commander 10 mit Unterbrechungen, das heißt, wenn ich auch mal so für mich selber spiele, irgendwann sind wir Road to, sind wir Commander 10 also Prestige 10 und dann ist gut, ach, keine Ahnung, egal, scheiß drauf, ist ja auch egal, gut, im Gegner Team pusht natürlich direkt wieder einer, dass er aus Österreich kommt, mit dem AOT da, okay, wir haben zwei, ich nenne es jetzt mal Anfänger mit drin, Breach, nicht ganz so meine Map, vor allem nicht mit XR2, aber wir machen den, nicht den Starter Kill, echt nicht, was, nicht der Starter Kill, okay, mich gewundert, ich dachte, das wäre jetzt wirklich der Starter Kill gewesen, hier bin ich immer so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ich lade erstmal kurz nach, okay, jetzt versuchen wir es einfach, also ich laufe mittlerweile halt echt nicht mehr einfach so blind durch, weil meine Erfahrung hat gezeigt, dass das echt dämlich ist, vor allem mit einer XR2, ich finde, wenn man jetzt eine MP hat, okay, das sprayst du dann eh dauerhaft durch die Gegend, aber, ja, wenn ich jetzt hier so eine Burst, wow, wenn ich jetzt hier so eine Burstwaffe am Start habe, dann ist das eher, wow, kontraproduktiv, bis sie da wirklich aber auch zu zweit stehen, ne, kommen die von da jetzt, ich gucke halt immer da, wo auf einmal keiner meiner Teammates sind, da wird es dann gefährlich, weil sie meistens die Spawns geflippt haben oder so, und ich dann wahrscheinlich noch im Gegnerspawn stehe und, ja, ich hab's halt noch gehört, ne, und ich hab ihn auch angeschossen, aber, und der hatte ein krank geiles Messer, ist wahrscheinlich eins aus den Kisten, ähm, hab mir jetzt nur nicht drauf geachtet, was für eins, ne, aber, wie ich gerade vermutet hatte, ne, wenn dann keine, auf einmal keine Teammates mehr da sind, dann kannst du eigentlich denken, dass sie die Spawns geflippt haben und dann, äh, ist das schon echt scheiße, weil du dann, ähm, ja, aufpassen musst und, ja, in dem Fall, schade, ein, ein Burst hätte eigentlich noch mehr treffen müssen, dann wäre er tot gewesen, aber man muss sich auch nur mal die Hitbox anschauen von so einem Messer, das ist schon, du, die Hitbox reagiert halt wirklich schon, ähm, bevor das Messer in dem Gegner drin steckt und das bedeutet eigentlich, dass, sozusagen, Knife Run so einfach ist, weil das Messer reagiert halt wirklich mit, ähm, ja, und er holt mich halt. Ah, okay, ja, okay, er macht da sieben, ne, kein Kommentar dazu, ne, aber daran merkt man dann beim Messer einfach, dass Hitbox halt schon vorher reagiert und somit, äh, das unglaublich einfach ist und wie dreist kann man eigentlich sein, da noch weiterhin zu liegen, wenn ich, wenn er mich da gerade geholt hat, Wahnsinn. Aber ich habe ihm einen schönen Volltreffer kassiert und der hat ja auch, glaube ich, irgendwie YouTube in seinem, äh, Clan-Tag oder so, ach, in seinem Emblem. Will er, will er also pushen, dass er YouTube hat? Ich persönlich bin da ganz froh drüber, es steht nur in meinem Steam-Profil eigentlich, dass ich YouTuber bin, weil, ganz ehrlich, ich hätte gar keinen Bock, dass irgendwelche COD-Kiddies auf meinen, äh, Wow, jetzt gehe ich aber hier weg, dass irgendwelche COD-Kiddies auf meinen, äh, Kanal gehen, weil ohne Spaß, das wäre mir viel zu blöd. Und, und, ha, ich wusste halt, er hat aufgehören zu sprayen, das heißt, er musste nachladen, ha, nice. Ja, und da werde ich, alles klar, da werde ich weggetubed. Feindliche Kommentare, äh, feindliche Kommentare, genau. Feindliche Drohne am Arsch, den habe ich, den habe ich auch. War hier noch wer? Nö, die habe ich aber alle erst mal geholt. Schade. Nice, erledigt. Klasse. Spawn jetzt aber wahrscheinlich auch hier hinter uns. Wenn ich das richtig vermute. Ich habe es richtig vermutet. Ja, wenn man die Maps wirklich kennt oder auch schon so ein bisschen die Spawns und wie das alles passiert, dann hat man da zum Teil, kann man sich zumindest einen kleinen Vorteil daraus verschaffen und wow. Was zum Teufel war das gerade? Ja, aber dann kann man sich da so einen kleinen Vorteil daraus, ähm, erhoffen und wow. Habe ich das Gefühl, die beiden laufen immer zu zweit rum. Vorräte in Bereitschaft. Und da werde ich angezündet. So. Dann haben wir unsere Vorräte. Ich meine, ich werde, sobald eigentlich ich die Spezialisten durch habe, werde ich auf jeden Fall auch wieder Reiniger spielen. Ähm, den Reiniger habe ich mir auch dauerhaft freigeschaltet, sodass ich den, wenn ich in den Prestige gehe, immer wieder direkt habe. Ähm. Und. Ja, deswegen Reiniger ist halt einfach schon mega geil. Ich mag den auch sehr. Ähm. So, schön zwei Volltreffer. Da steht's Chris out. Den gucke ich mir nachher, glaube ich, mal an. Das Geschütz will ich eigentlich an eine spezielle Stelle stellen. Stelle stellen, ja, alles klar. Ähm. Wo es vielleicht hier oder da was erreichen kann. Den habe ich. Ich versuche, ich riskiere es jetzt einfach. Haha, nice. Oh, get rekt, mate. Okay. Du holst mich nicht mit deiner Autoschrotze. So. Den haben wir. Guck da, da zum Beispiel. Das waren zwei Schüsse auf den Körper und sie waren wirklich tödlich. Bei manchen anderen ist es halt nicht so. Das ist wirklich immer so eine... ...Laune der Natur. Und man sollte auf jeden Fall merken, dass ich auf jeden Fall... Ich springe nochmal. Dass ich auf jeden Fall im Spiel besser geworden bin. Kann natürlich auch immer an den Runden liegen, aber... Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall schon besser geworden. Ja, und wie erwartet, dachte ich... Blitzschlag, okay. Okay, ich glaube, ich habe den auf das Haus gesetzt, wo es eh überdacht ist. Oh, nö. Warum nicht? Immerhin einen. Ich finde, solange ich wenigstens einen hole, ist es okay. So, rüsten wir unseren Revolver mal aus. Mit dem muss ich hier E-Kills machen. Na, kommt hier wer raus? Hier, die scheinen sich alle beim Geschütz zu betteln. Der Geschütz ist kaputt, aber... Ey, Alex. Alles klar. Ich meine, ich wollte jetzt nicht zoomen, weil ich dann beeinträchtigt bin in meinem Sichtfeld. Aber kein Kommentar dazu. Das sei nicht... Wow. Und da bin ich 100 pro Tod. Ja, okay. Erstens, weil es von zwei Seiten kam und... Naja, ging so eine Schrotze. Da bin ich eh immer machtlos. Ich höre was hinter mir. Also wer sagt, dass man in Call of Duty nicht auch zum Teil ein bisschen auf Steps hören kann, der hat Call of Duty noch nie gespielt. Ich habe sogar mal auf Schatten zum Teil geachtet. Also... Dann zeigst du dich nochmal. Ja, das muss ich natürlich nachladen. Ich habe die Sorge, die spawnen hinter uns, ne? Ich habe das so im Gefühl. Ich gehe jetzt auch mal nach unten. Ach, hi. Ah, ja. Die La... Jetzt mal ohne Witz. Dieser Eistie und dieser Chris oder wer auch immer, die laufen immer zu zweit rum. Oder bilde ich mir das nur ein? Also immer, wenn ich von dem Schrotflattentyp geholt werde, ist sein anderer Freund auch nicht weit. Und ich bin tot. Ich bin so tot. Nein, ich lebe noch. Was? Gut. Aber vom Regen... Hier oben über mir ist einer. Jetzt ohne Witz, guckt! Guckt es euch an. Also irgendwie dieser Eistie. Irgendeine auf... Irgendwelche zwei Leute laufen auf jeden Fall dauerhaft zusammen rum. Feindliche Drohne. Jawohl, die will ich wegholen, weil ich brauche das auf jeden Fall noch für den Raketen... Äh, für den Dingens. Weil ich die ja auch irgendwann noch oben hoch haben will. Ach, da ist sie. Jetzt hält das nicht mehr sehr gemein. 21. Wahnsinn. Okay. Was war... Wie stand dieser... Der Chris-AoT stand... Wow. Also irgendwelche von denen liefen auf jeden Fall immer zu zweit rum. Ob... Entweder das war der Messertyp und der Schrotflinten. Ich weiß es nicht genau. Ja, egal. Wow. Ich war doch im gesamten Spiel eigentlich der Beste. Also von der Quote her zumindest. Ja, klasse. Egal, gut. Ja. Nicht so schlimm. Ich finde, solange die Runde halbwegs Spaß macht und man auch hier und da den ein oder anderen Kill bekommt, ist das eigentlich alles in Ordnung. Frustrierend wäre es jetzt, wenn ich irgendwie verloren hätte oder noch eine scheiß Quote gehabt hätte. Ihr kennt das ja. Bei mir geht es ja... Also ich finde, wenn ich eine Team-Deafmatch-Runde verliere, klar ist es ärgerlich, wie im letzten Part zum Beispiel, da wo es um einen Punkt verloren wurde. Aber ich denke mir mal, wenn die Runde Spaß gemacht hat, also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich 17-10 stand, dann bin ich zufrieden. Hauptsache die Runde war nicht ganz der größte Abfuck, sondern man hat auch ein bisschen gesehen, dass da was lief. Dann ist das auch völlig okay und hier war es ja jetzt in Ordnung. Lobby Bestenliste. Wie sieht das eigentlich in Team... Gut, in Team-Deafmatch... Also ich habe ja insgesamt eine 1-3-4er-Quote. Aber wenn der jetzt nur die Kills berechnet, die ich in Team-Deafmatch gemacht habe, dann ist es eine 1-5er. Okay. Das geht eigentlich verhältnismäßig. Und eigentlich mit jedem, sage ich mal, mit jedem Kill, den ich ja auch besser werde, verbessert sich das ja auch zum Teil. Früher habe ich immer gedacht, dass wenn man, sage ich mal, 21 zu 20 geht, hat sich die KD ja auch verbessert. Aber das stimmt nicht ganz. Es kann sogar sein, dass sie sich dann verschlechtert, weil je höher die Zahlen werden und wenn man die dann durcheinander teilt, dann kommen da manchmal andere Werte raus. Das heißt, du hast bei, ich glaube zum Beispiel, wenn du jetzt 1.000 Kills hast und 600 Tode, hast du eine andere KD, als wenn du 2.000 Kills hast und 1.600 Tode. Obwohl du ja auch nur 400 Kills im Plus bist, wird das, glaube ich, anders berechnet. Also das verschiebt sich nur um ganz kleine Werte, aber das kann manchmal so sein. Irgendwo habe ich das auf jeden Fall schon mal gesehen. Gut, wieder Breach. Hm, naja. Okay, ist aber wahrscheinlich auch ein anderes Team jetzt zu sein. Auf jeden Fall bin ich froh über jeden, sage ich mal, Kopftreffer, den ich wirklich mit der XR2 mache. Und da haben wir ja in der Runde auf jeden Fall ein, zwei hinbekommen. Wie gesagt, die XR2 ist halt auf die Entfernung wirklich super. Wenn da einer entlang gelaufen kommt und du aimst wirklich auf den Kopf und du triffst einen Burst, dann ist die auch wirklich super. Also eigentlich müsste ich mir mit den Burstwaffen auch angewöhnen, dass ich da generell immer auf den Kopf aime, weil sie dann wirklich tot sind. Das ist nämlich dann auch kein Wunder, dass ich zum Teil die dann am Bauch nicht treffe. Aber das ist halt immer so das Problem. Manchmal sind sie wirklich zwei Schüsse in den Bauch, wirklich tot, wie man es ja auch eben gesehen hat und manchmal halt eben nicht. Und das ist wirklich das Komische. Und ich muss so bleiben, dass ich das da noch ein bisschen sehe, links. Wahrscheinlich keiner entlang zu kommen. Lass ihn jetzt... Okay, er hat ihn. Schade, hätte ich das ein bisschen früher gesehen, hätte ich ihn wahrscheinlich bekommen. Wahrscheinlich sind jetzt eh Spawns geflippt worden. Oh ne, da ist eine gestorben. Wie gesagt, mit MP laufe ich auch gerne mal durch, aber mit so einer XR2, mit einer Burstwaffe bin ich eher passiv und vorsichtig. Oh mein Gott. Oh, Jesus. Das war knapp. Ich glaube, hier ist aber jemand da oben. Ja, und auch hinter mir. Nice. Boah, das... Eih, 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 die verfallen mich aber auch hier. Als wäre ich der Schnatz in Harry Potter. Schwuchtel-Gaymaker. Da regt sich einer über die Schrotflinte auf. Naja, kann ich irgendwo verstehen. Ist auch echt eine räudige Waffe, muss man sagen. Nice. Hi. Oh, Königs. Alles klar. Oh, der hatte eine nette Tarnung drauf. Uff. Der muss aber angeschossen gewesen sein, sonst wäre der nicht in einem One-Burst-Tot gewesen. Okay, das ist nur hinter mir einer. Also wie gesagt, auf Schatten oder so kleine, auf diese Geräusche kann man zum Teil wirklich hören. Das ist gar nicht verkehrt. Hey, nice. Oh, da war jemand. Da ist ja auch noch jemand. Gut, mit dem anderen lege ich mich jetzt nicht an. Nice. Den haben wir. Oh, okay, nice. Hat mir Arbeit erspart. Und hier jemand. Da waren auf jeden Fall welche. Okay. Den haben wir. Drohne ist bereit. Nein, verdammt. Schade. Einschuss, mein werdeten wenigstens, glaube ich, die Vorräte gehabt. Schade, schade. Jeder hat ihn anscheinend bekommen. Nein, ach, ich hasse es wirklich. Ah, Mann. Er ist ja bloß, er ist auch noch gestorben. Ist das ernsthaft? Darf ich jetzt hier, muss ich jetzt runter leiden? Mann. Leute, bitte. So, da habe ich jetzt wirklich mal. So, den haben wir auch. Eine deutsche Kartoffel. Ja, lustig. Nein. Ach, verdammt. Was benutzt der eigentlich für eine Waffe? Ja, er macht A7. Die ist natürlich noch ein Ticken stärker als die XR2, glaube ich. So, ich lege mich da jetzt aber auch gar nicht mit denen an. Da habe ich gar keinen Bock drauf, ständig hochzulaufen. Und darauf zu warten, dass ich die irgendwann mal hole. Ich kann jetzt höchstens... So. Hatte er mich... Wow. Ich hatte schon Schiss, weil ich dachte, der erledigt mich jetzt, ne? Aber... Dem ist es ja noch nicht mal aufgefallen, dass ich da war. Der hat seine Teamkamera auf jeden Fall fähig, beschützt. Nicht? Oh, wer kommt da? Ha! Und man konnte Schatten sehen. Ey, das ist echt geil. Also, Leute, ihr könnt wirklich zum Teil, wenn ihr... Also, Schatten, das hört sich bescheuert an. Aber es ist wirklich effektiv. Also, ich meine, ich finde es so antisotropische Kantenglättung und diesen ganzen Kack. Ich finde, den kann man ausschalten. Das macht bei Black Ops echt nichts aus, ne? Und wer achtet bitte schön auf eine glatte Kante, sage ich jetzt mal, in einem Spiel wie Call of Duty. Also, da habe ich doch andere Prioritäten. Aber wirklich, was sowas angeht, äh... Äh... Also... Was wirklich so Schatten angeht und zum Teil auch Geräusche. Das ist echt nicht verkehrt. Also, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber... Das ist nicht verkehrt. So, schönes Dröhnchen rausgehauen. Wir scheinen hinter uns zu sein. Jetzt kommt da jemand, glaube ich. Ja, nice. Haben wir. Jetzt kommt von da wer, oder? Da hinten ist jemand. Das habe ich gesehen. Aber immer auch ein bisschen auf deinen Rücken achten. Ich gebe hier voll die Pro-Tipps. Mein Spaß nicht wirklich. Oh, verdammt. Da gehe ich jetzt aber weg, weil... Oh, nein. Oh, Gott. Der Random Headshot. Und ich habe nur noch sechs Munitionen. Scheiße. Und... Ja, gut. Ich bin sogar fast dankbar, dass ich gestorben bin. Oh, ich hoffe, die Vorräte fallen hier nicht runter. Scheiße. Ich bin fast dankbar, dass ich gestorben bin, weil... Das war jetzt wirklich hier ein bisschen, ähm... Vorräte, beeilt euch bitte. Nix da. Du geierst die nicht. Oh, ne Tail. Das ist nice. Hab auch von Paddy. Das ist ein Abonnent von mir, mit dem ich mich mittlerweile echt gut angefreundet habe. Also Grüße gehen raus an dich, Paddy. Und bei dem ich auch schon jetzt mal zu Besuch war. Der hat mir auch so... Also Paddy ist so jemand, der hat momentan auch einen recht schlechten PC. Aber der ist so jemand, der irgendwie trotzdem... Und auch wenn er manchmal die Spiele nicht besitzt, mehr über die Spiele weiß als manch anderer. Der hat das Spiel besitzt. Und der hat mir auch so einen Tipp gegeben, dass man die Tail nicht selber steuern soll. Dass es viel effektiver ist, dass die wirklich hinter einem herfliegt. Ähm... Und ja. Von daher habe ich einen Tipp natürlich gerne angenommen. Okay. Da wurde dann... Zum Schluss an der Achillesferse getroffen. Oh, verdammt. Oh, Tail hat den Abschluss gemacht. Nice. Oh, Tail ist kaputt. Okay. Ich rüste mal kurz. Diese Stille gefällt mir nicht. Gut. Wenn noch ein anderer Team mit dabei ist, dann gehe ich gerne mit. Weil dann kann es sein, dass sich immer auch der Gegner da auf ihn konzentriert. Hier oben könnte wer sein. Ah, unten aber. Okay, es ist aber erledigt. Nice. Verdammt. Lieber schnell... Nein. Ach, verdammt. Das war ein Fehler. Okay. Wir haben eine Drohne und wir haben nochmal Vorräte. Okay. Okay, eine Hellstorm. Kriegen wir den? Ja, wenigstens ein. Ja, nice. Der Volltreffer. Da war noch jemand, oder? Ah, nee, okay, anscheinend nicht. Es wird wieder eine knappe Runde werden. Das kann man sehen. Ein Abschuss. Weiter vorrücken. So. Hat er den? Ich hoffe. Okay, da warte ich jetzt lieber mal kurz drin. Okay, ist aber da hinten explodiert. Okay, der kommt reingelaufen. Wurde aber, glaube ich, verbrannt. Oh. Okay, um den einen Kill... Na, 30,6. Alter, Leute, was ist los? Nice. Nicht schlecht. Tja, okay, ich hätte eigentlich Lars Kimmel machen können, hätte ich das früher gesehen. Ähm. Okay, und der hatte schon die M8R7 auf Diamant. Na gut. Oh, sogar mit so einem Statrack-Symbol da. Wenn man es auch aus Call of Duty kennt. Ach, äh, aus CSGO. Juhu, und man zieht mein Emblem. Yay, Party. Okay. Eine Verspottungssache habe ich anscheinend noch nicht. Ähm. 30,6. Ja, Alter. Lief doch richtig gut für uns eigentlich. Schade. Hätte ich noch einen Kill gemacht, wäre ich wahrscheinlich Erster geworden. Äh, ich hätte die Vorräte nicht nutzen müssen, aber ich hatte gar nicht auf die Punkte geschaut. Aber nicht schlecht. Ja gut, bin ich zufrieden. So können die Runden gerne immer laufen. Jetzt bestimmt dein oder andere enttäuscht so, oh, gar kein Rage mehr, Area. Keine Sorge, das wird noch kommen. Also. Keine Sorge. Na gut, auf jeden Fall, wir können eine Kryptokiste wieder öffnen. Ähm. Machen wir doch direkt auch mal, würde ich sagen. Und wünscht mir Glück. Okay. Immerhin, die Pixel-Tarnung mit der XR2 finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir spielen sie ja gerade eh. Ähm. Von daher könnte ich sie eigentlich auch mal kurz ausrüsten. Schau mal, wie viele Volltreffer brauche ich eigentlich noch? Ne, 69 habe ich. Gut, das heißt noch 31. Äh, Schwarzmarkt. Pixel. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Rüsten wir die einfach mal aus. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen nach oben gerne da und auch einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal.